Hi, in diesem Video stelle ich euch unsere wasserdichten Riementankrucksäcke vor, den Pro Enduro WP und den Pro Cross WP. Die beiden Modelle unterscheiden sich in erster Linie durch die Größe. Der Pro Enduro WP hat ein Gepäckvolumen von 11 Litern, der Pro Cross fast 5,5 Liter. Vom Aufbau her sind beide Modelle gleich. Wir haben einen Korpus aus TPU gefertigt. In dem Deckel ist nochmal ein Sichtfenster drin, wo ihr eine Karte oder euer Smartphone verstauen könnt und nochmal ein zusätzliches Fach. Die Reißverschlüsse sind abgedichtet, das heißt hier kommt kein Wasser rein. Und wenn man nach drinnen schaut, haben wir einen Raumbegrenzer und entsprechend den Platz für euer Gepäck. Obendrauf dann nochmal ein Deckel aus EVA-Material, der schließt über einen Magnet hier vorne und sorgt auch nochmal dafür, dass kein Wasser wirklich an die Tasche drankommt. Obendrauf ist nochmal ein Mollepatch vernäht, wo ihr kleinere Zusatztaschen noch befestigen könnt. Beide Tankrucksäcke sind 100% wasserdicht. Das ist die Garantie, die wir euch geben können. Und jetzt zeige ich euch noch, wie das Ganze am Bike aussieht. Hier seht ihr den kleinen Pro Cross WP auf der Afrika Twin. Ich zeige euch jetzt kurz, wie ihr den befestigen könnt. Wir haben hier vorne einen Gurt, den ihr unter der Gabelbrücke langführt und jeweils auf beiden Seiten einklippt. Weiter hinten haben wir nochmal zwei Gurte. Da sucht ihr euch einfach Befestigungspunkte an eurem Motorrad. Zieht einmal den Gurt durch die Schlaufe und befestigt den hier. Wenn ihr tanken müsst, einfach den Clip lösen, den Tankrucksack auf die Seite legen und ihr kommt prima an euren Tank ran. Generell kann man sagen, dass unsere wasserdichten WP-Modelle eher für abfallende Tanks geeignet sind. So wie jetzt hier bei der Afrika Twin oder auch vielen anderen Reise-Enduros. Wie ihr sehen könnt, habt ihr auf der Unterseite eine rutschfeste Verarbeitung, das einfach ein bisschen mehr Stabilität garantiert. Wenn ihr fertig getankt habt, legt ihr den Tankrucksack einfach wieder, positioniert ihr den wieder, klippt wieder ein, zieht gegebenenfalls nochmal nach und ihr seid wieder startklar. In unserem Shop findet ihr über den Bikefilter alle Tankrucksäcke, die eurem Motorrad zugewiesen sind. Viel Spaß beim Shoppen und abonniert unseren Kanal und aktiviert die Glocke und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Bis dann.